Kumpel wieder gefunden. Hey mein Freund he. Wollst du gar nicht, ich mach dir nix. He? Bist du sportlich he. Du Fitness-Guru vom Käfer. He? Uh. Da kommst du ein Springer und ein Kung-Fu-Kämpfer. So was sieht man nur noch bei den Charlins. Da musst du vor mir keine Angst haben. Auch wünschst du ein gutes Nächte. Ich geh jetzt ins Bett. Bis morgen. He? Ja. Die passiert da noch nix. Bist du ein Kumpel von mir? Wann an? Ja. Ja. Ja.